Hi Leute, hier ist Heikab-Christian und heute geht es über ein Thema, das wahrscheinlich ziemlich kontrovers werden dürfte. Und zwar geht es um das Thema Schule. Alles, was mit Schule in Deutschland zu tun hat, ist immer kontrovers. Und vorab möchte ich sagen, dass ich das Schulsystem natürlich nicht perfekt finde. Ich finde es sogar eigentlich im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern ziemlich grottig. Vor allem mit den ganzen Sachen mit G8 oder G9 und 16 verschiedene Bildungssysteme und allem. Das muss halt nicht sein. Von der räumlichen Qualität von den meisten Schulen auch mal zu schweigen. Aber ein Argument, das ich in der Veganszene und auch in der Ruckhausszene immer sehr oft höre, ist dieses Ja, Kinder werden in der Schule nur manipuliert und auf Linie gebracht und ihnen wird alle Kreativität aberzogen. Und deshalb mache ich Freilernen. Und das finde ich eine sehr dämliche und undifferenzierte Haltung. Und ich verstehe halt nicht, warum die meisten Leute ernsthaft denken oder zumindest diese Leute ernsthaft denken, dass Schule genauso ist wie im Musikvideo zu Another Brick in the Wall von Pink Floyd. Und als ein Produkt des deutschen Bildungssystems, das schon immer kritisch über das Bildungssystem nachgedacht hat, auch als ich noch in der Schule war, ich habe irgendwie nie alles für bare Münze genommen, möchte ich mal erläutern, warum ich das keine gute Idee finde, die Kinder einfach aus solchen Gründen aus der Schule rauszunehmen. Zunächst einmal klingt dieses, Kinder sollen auf eine Linie gebracht werden, Argument immer für mich, wie eine ziemlich große Verschwörungstheorie. Und genau wie so ziemlich alle anderen großen Verschwörungstheorien fällt sie einfach auseinander, wenn man sich mal logisch darüber Gedanken macht. Erstmal, was für eine Linie soll das genau sein und in welchem Schulfach soll das genau bestehen? Ich glaube, jeder würde mir zustimmen, dass in Fächern wie Chemie und Physik und Mathe es wahrscheinlich, also in den exakten Naturwissenschaften, es sehr schwierig sein wird, den Leuten irgendwie eine manipulative Linie zu unterstellen. Es sei denn, man glaubt, dass Orgon und freie Raumenergie existieren, dann könnte man Physik tatsächlich dazu zählen. Die existiert aber nicht. Ja, es gibt einen Lehrplan, um einen gewissen Standard in der Bildung zu gewährleisten. Ansonsten wäre sowas wie das Abitur ja auch absolut unnötig, weil das Abitur ja auch einen gewissen Standard herstellen soll. Es soll sagen, das Kind verfügt über diese und jene Fähigkeiten, zumindest theoretisch, dass sich dann der Arbeitsmarkt darauf einstellen kann. Und das Problem ist aber, dass dieser Lehrplan ja hier und da akzentuiert wird und es auch letzten Endes ganz viele verschiedene Lehrer gibt. Es gibt junge Lehrer, es gibt alte Lehrer. Es gibt homosexuelle Lehrer, es gibt heterosexuelle Lehrer. Es gibt Lehrer, die essen Fleisch, es gibt Lehrer, die sind Veganer. Und wie soll man sich dann bei den tausenden von verschiedenen Lehrertypen, die es gibt und den tausend möglichen Akzentuierungen auf eine manipulative Linie in der Schule einstellen? Zumindest irgendeiner wird das immer nicht hinbekommen und wird den Kindern dann was anderes erzählen und dann wird es doch spätestens auffallen. Ich glaube, das, was als manipulative Linie dargestellt wird, ist ganz einfach die Divergenz von der Ideologie, denen die Eltern folgen. Zum Beispiel der Rohkostideologie. Klar, wenn man daran glaubt, dass meinetwegen Proteine ab 42 Grad denaturieren und die Eiweiße nicht mehr richtig aufgenommen werden können, ist egal, weil die Magensäure das auch macht. Wenn man dann mitkriegt, dass das Kind in der Schule lehrt, dass es sowas wie auch Säuredenaturierung gibt und dass Weizen und Mais und so eigentlich immer voll wichtig in der menschlichen Ernährung waren, so wie mir das im Biologieunterricht damals beigebracht wurde, was auch richtig ist. Dann könnte man natürlich sagen, das Kind manipuliert, weil es eben von der eigenen Ideologie weggebracht wird. Oder zum Beispiel der Ideologie, der einige Leute ja bizarrerweise jetzt wieder folgen, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass es Chemtrails gibt oder irgendwas. Wenn das Kind dann quasi das hört, was wissenschaftlich akzeptiert ist und was dem wissenschaftlichen Konsens entspricht, dann kann man das natürlich als Manipulation darstellen. Aber das heißt nicht, dass es Manipulation ist, denn Lehrer versuchen in der Schule Wahrheit und Fakten zu vermitteln. Und da muss man sich selber in den Spiegel schauen, dass sowas wie Chemtrails oder sowas wie Ruckers ist die beste Ernährung für den Menschen einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und darin sehe ich irgendwie das größte Problem an diesem ganzen Homeschooling-Ding, denn diese Schutzlosigkeit, die den Kindern dann immer unterstellt wird, von wegen man ist dem Lehrer ausgeliefert und man muss einfach alles glauben, was der sagt. Das ist erstmal im Schulsystem nicht so, weil es immer eine höhere Instanz gibt, wo man sich beschweren kann. Notfalls kann man zum Bildungsministerium gehen und sich da beschweren. Aber das wird ja quasi durch Homeschooling und durch Freilernen noch weiter institutionalisiert, weil man ja zumindest im Fall von so einem relativ regulativen Homeschooling, wie das in den USA auch betrieben wird, einfach den Eltern schutzlos ausgeliefert ist. Man bekommt das zu hören, was die Eltern sagen. Man bekommt keine kritische Meinung, weil die Eltern das a. nicht wollen, weil b. man eh meinetwegen noch mit seinen Geschwistern unterrichtet wird und c. man von den Eltern letzten Endes auch finanziell abhängig ist. Dann kann man sich vielleicht irgendwelche Gedanken darüber machen, so als Kind, dass, hm, wenn ich jetzt das und das sage, werden meine Eltern böse auf mich, also sage ich das nicht. Zack, kritische Meinung unterdrückt. Ich finde, das Problem ist bei Homeschooling noch viel, viel größer als in der Schule. Ich habe auch nie mit allem übereingestimmt, was mir in der Schule gesagt wurde. Also gerade in solchen Fächern wie Sozialwissenschaften oder so, wurde uns zwar nie beigebracht, dass meinetwegen die CDU die beste Partei ist oder so, aber bei bestimmten Modellen habe ich dann gesagt, nee, sehe ich komplett anders aus diesen und jenen Gründen. Und darüber konnte man dann ganz vernünftig diskutieren. Und wenn man aber in einem Haushalt lebt, in dem man sich irgendwelche Steine in den Garten stellen muss, um sich vor Chemtrails zu schützen, inwiefern ist das da genau möglich? Ich glaube nicht. Das nächste Argument, nämlich, dass man in der Schule Sachen lernt, die man ja später nicht braucht oder die einen nicht interessieren, das halte ich für völlig egal. Denn erst mal, wenn Kinder immer nur das machen würden, woran sie wirklich Interesse haben würden, wissen wir alle, was sie den ganzen Tag machen würden. Und das ist garantiert nicht, sich über Sachen, die zwar wichtig sind, aber die vielleicht nicht besonders Spaß machen, Gedanken zu machen. Ja, ich gebe zu, wahrscheinlich macht es nicht jedem Kind irgendwie Spaß, Kurvendiskussionen durchzuführen. Das heißt aber nicht automatisch, dass Kurvendiskussion jetzt irgendwie sinnlos ist. Man lernt in der Schule letzten Endes auch einen breiten Überblick von Themen, um in der Gesellschaft nicht komplett zu verkacken am Ende, um nicht einfach total unreflektiert zu sein und einfach alles Mögliche zu glauben, was einem da draußen erzählt wird und auch um einen breiten Überblick an Themenfeldern zu kommen, die einen interessieren könnten. Denn wie ist das? Was denken die meisten Kinder, was sie interessiert? Astronaut, Arzt, Polizist, Feuerwehrmann, Prinzessin. Und das ist natürlich kein realistisches Berufsbild für die allermeisten Leute, denn wir können nicht Millionen Prinzessinnen und Feuerwehrmann und Astronauten haben. Und deshalb soll die Schule auch einen breiten Überblick an Themenfeldern zeigen. So manche Leute sagen dann, hey, das mit den Chemikalien zusammenrühren in Chemie macht mir mega Spaß. Wo mir halt auch auffällt, wie will man das eigentlich im Homeschooling machen oder im Freilernen machen? Woher will man die ganzen Chemikalien bekommen? Oder woher will man die radioaktiven Strahler bekommen, um damit Experimente durchzuführen? Das heißt, das Themenfeld bleibt einem dann auch schon mal verwehrt im Freilernen. Es ist auch nicht so, dass man in der Schule keinen Raum hat, um seine eigene Kreativität auszuleben. Das ist eigentlich das, was ich in der Schule immer gehasst habe, wenn man die ganzen kreativen Schreibaufträge, so kann ich nicht einfach irgendeine Analyse schreiben, ich habe das echt nicht so gemocht. Es gibt Kunst, es gibt AGs, es gibt Musik. Außerdem nimmt die Schule wie viele Stunden vom Tag im Beschlag? Man kann auch die ganzen kreativen Sachen noch außerhalb der Schule machen. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Nein, man vergisst nicht automatisch alles wieder, wenn man aus der Schule kommt. Klar ist das ein Problem mit dem Auf-die-Klausuren-Lernen, das setzt sich an der Uni sofort, was ich auch aus sehr vielen Gründen für höchst problematisch halte. Aber Freilernen garantiert nicht, dass das nicht auch passiert. Und außerdem kommt es immer auf den individuellen Schüler an, wie viel Interesse man letzten Endes hat, die Sachen zu behalten, die einem in der Schule erzählt wurden. Ich weiß noch ziemlich viele der Sachen, die mir in der Schule erzählt wurden. Wie seht ihr die ganze Sache? Also ich finde nicht, dass Freilernen oder Homeschooling auf einer breiten Basis sinnvoll für die Gesellschaft ist. Ich finde, es wäre sinnvoll für die Gesellschaft, wenn wir vernünftige Schulen hätten, wo es vielleicht halt nicht durch die Decke tropft, wenn man eine Klausur schreibt. Oder wo die Lehrer nicht vielleicht 35 Kinder in der Klasse haben oder sowas. Schreibt mir eure Kommentare in die Kommentare. Und abonniert mich gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Wir sehen uns in einem nächsten Video.